Und Sie haben sich was getraut, unsere Platzierten, meine Damen und Herren. Einmal nicht mit Ihren bewährten Pferden, sondern auf Kamelen. Begrüßen wir Patrick Kittel, Severo Fessus, Horado Lopez und Christina Bröhring-Sprähe. Was für ein tolles Bild. Unsere drei Besten. Der Grand Prix Kür. Sie präsentieren uns den Zauber Arabius. Siegerierung und Platzierung im Breis-Stell-On-Park GmbH Grand Prix Kür. 83,85 Prozentpunkte. Das Ergebnis von Christina Bröhring-Sprähe und Desperados FRH Deutschland-Germanie. Meine Damen und Herren, zu Ehren der Siegerin nun die deutsche Nationalhymne. Ich darf Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Ladies and Gentlemen, please rise for the National Anthem of Germany. vaccine Anders, mit vielen Sorgen auf dere 들�、 Sieg uns zu erheben. Sieg uns auf dem Nationalhymne. Sieg uns auf einen國 통ende Blaise surfaktion threat. Sieg uns auf den Niedelfen profile von José ihr borrowed, sieg uns auf einen ganzen感覺. Sieg uns auf den Nicht-Jämpfung, viele Arbeiten über One und es wird ins Säke linys gehalten. Sieg uns auf die Reihe und Schmerze über die Odersten Duke des Jahres. Sieg uns auf 10.000 Jahre sollen die die Suchenstraße in erheben.